hallo und herzlich willkommen zurück zu rise of the tomb raider ja in der letzten folge waren wir war ich verwirrt was ich überhaupt machen soll und ich bin das immer noch weil ich habe nämlich keine ahnung ich muss finden sie den einheimischen gefangenen um mehr über die verloren hat zu der erfahrung zu bringen und die ganzen fünf jahren die und darüber sind die wird jetzt habe ich nicht alle einsamen ich will jetzt ehrlich gesagt wenn man kurz zuschauen dass ich jetzt irgendwie weiter kommen deswegen werden wir jetzt hier ein bisschen pop machen nachdem wir letzte letztes mal so viel zeit hiermit verbracht haben und ja da ist ein vorbilder so gut erkannt das hast du gut erkannt so wie können wir denn am besten zum behörden oh fuck da ist doch ne höhle oder hatten wir die schon ja auch noch angeschlossen ins dunkeln ok da bin ich schon bieten hat dir selber an die fang über die meine meine kak keller was macht sie ja seht wo ist der wolf eigentlich Da waren Wölfe. Tut mir leid für euch Jungs, aber ich möchte ungern umgebracht werden. Andererseits ist es schon ein bisschen hart, euch umzubringen, dass ihr euer Revier verteidigt, weil sonst hättet ihr mich umgebracht. Ich wäre an euer Essen da nicht reingegangen. Oh, ein Klappstuhl. Und ein paar Bierflaschen. So, so. Also auch Wölfe trinken sehr gerne Bier oder sowas. Gut, da haben wir ja durch Zufall gerade noch die andere Hülle gefunden, die ich gar nicht gesucht habe. Eigentlich, ja, Pizza. Einmal voll. Okay. Gut, dann gehen wir halt weiter. Ah, dupli-dupli-dupli-dupli-dupli-du. Huiuiui, das war fast wie im Film. Interessant, dass das jetzt wieder hier oben gespawnt ist. Haben wir ja eine Mega-Fail jetzt. Ach, haben wir das Ding schon gelesen? Mein Russisch ist nicht gut genug, um das hier zu verstehen. Aber es scheint eine Art Karte zu zeigen. Äh. Auf drei. Definitiv russisch. Diese Markierung deuten offenbar auf. Welches russisch-level haben wir denn? Bist du das? Das heißt, ich muss doch noch mehr lesen. Relikt, Relikt. Soviel denn dazu. Holz haben wir voll. Dann gehen wir jetzt doch Relikt einsammeln. Naja, gut. Komme ich hier überhaupt wieder rüber? Ich meine, ich bin ja... ...da oben runter. Theoretisch müsste ich ja eigentlich nur irgendwie auf dieses Dach drauf kommen. Kann man so schnell reisen, eigentlich? Hm... Ja, da kann wehen. Ich wollte das irgendwie rüberklettern. Aber gut, das macht es natürlich einfacher. Dumm, dumm, dumm. Ich frage mich zwar, wie sie jetzt da hinkommen will, wenn wir schon, wenn ich das gehört, schon keine Möglichkeit gewohnt habe, da hochzukommen. Aber ich mir auch egal. Ob so, wir sind da, wir können so russisch verbessern, um diese komischen Nobelisken zu lesen. Oder so ähnlich. Oder sagen die Ladewischung, solche Leute, weil Chirme sind heute aber lang. Ach, das war hier. Da sind wir relativ schnell durch. Das stimmt wohl. Wir haben ja nur ein bisschen Schaden eingerichtet. Dass es hier immer noch brennt. Da oben ist doch noch was. Da kommt schon, hopp. Da kommen wir nicht dran. Schade. Da kommen wir jetzt zurück. Das ist auch praktisch. Ach so, mit dem Dietrich aufklang. Das habe ich ja gar nicht gesehen, dass hier noch eine Tür ist. Das Schloss fährt jetzt mal runter, wie sonst irgendwas. Was? Ein Gulag-Ausweis von einem Gefangenen. Hm. Dadurch ist unser russisch nicht besser geworden, okay. Dann gehen wir noch ein bisschen mit dem Dietrich dran. Haben wir eigentlich unbegrenzt viele Dietrich oder brauchen wir Probe-Knax-Geschloss immer wieder ein? Ja, da haben wir noch ein bisschen Metall bekommen. Ein bisschen davon. Wandgemälde. Ach ja, wie ich wollte gerade sagen, wir sind ja gar nicht mal reingekommen, wir haben die Wand jetzt zerballert. Und praktisch können wir denn da irgendwie wieder ... Wir haben wenigstens dann das dann da dran. Da scheinen wir nicht durchzukommen. Andererseits ist es so wichtig, dass ich das Ding finde ... Oder ... Weiß ich ja nicht. Ich meine, es ist ja eigentlich nur optional, zumindest glaube ich, dass ... Ich will eigentlich weiterkommen und hier nicht noch länger rumhängen. Ach, da vorne. Noch mehr Sowjetpropaganda. Die Nacht wird uns nicht an der Arbeit hindern. Die sind ja ganz dahinten. Nur um da dran zu kommen ... Nee, du, ich kümmere mich jetzt um das Hauptmissionsziel. Kein Bock jetzt. Das reicht mir jetzt schon. Das war lange genug hier rum. Es gab die letzte Folge schon. Die letzten zwei Folgen wahrscheinlich schon. Ich habe gar keine Ahnung mehr, wie ich es geschnitten habe. Aber die war lange genug. Das war noch nicht. Aber das war gar nicht noch im Vergleich. Wollen wir noch mal die Viewsync-Anzeige? Vollbild als... Ein. Jetzt wird es ein bisschen, je nachdem wo ich gerade war, ja auch dann ein bisschen verruckelt war. Ich weiß nicht ob es wegen dem Viewsync war oder... Weiß ich nicht. Als UBS halt irgendwie zu den falschen Momenten rausgegriffen hat und dann dementsprechend ist halt doof geworden oder so. Als ich nie gesehen mache ich jetzt das Viewsync mal an, weil ich sowieso die meisten eigentlich mit Viewsync spiele, weil ich meine mehr sehe ich eh nicht. Ich habe eh nur 60 Hertz-Monitor. So, also... Ähm... Wir wollen da rüber. Das ist das, wo wir das Loch reingemacht haben mit dem wunderschönen Bagger da. Da waren wir ja auch schon drin. Nach... Jau... Ich hoffe mal einfach, dass diese, 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 diese... Dings da... So, wenn ich noch mal eingemeckert hatte, was wir nicht haben, nicht wichtig ist. Und wenn wir das Ganze so oder so noch bekommen, aber einfach zu diesem Zeitpunkt noch nicht haben, aber später dann bekommen und dann halt... Das darauf abzieht, dass wir halt... Mit schnell reisen, aber wie die Herren, müssen wir zum Beispiel da diese Dings da anzünden. Das wäre halt einfach jetzt... Ja... Später, wie gesagt, dass wir hierher kommen können. Warum bin ich eigentlich schnell gereist zu dem Ding da? Naja, egal. Auch mit dir, Laura. Warum frierst du, Alter? Ich laufe doch hier die ganze Zeit nicht in die Gegend. Die muss auch voll warm sein. Also mir wäre warm, wenn ich die ganze Zeit laufen würde. Wobei andererseits würde wahrscheinlich irgendwann anfangen, die karte Luft in meiner Lunge zu brennen. Dann wäre mir wieder kalt. Wir kommen ja sowieso so oder so hier oben so noch rum. Na, das hat fast funktioniert. Auch mit dir. Dummdi-dum-di-du, dummdi-du, dummdi-du. Das war ja auch ein Lagerfeuer, kacke ey. Warum, 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 denke ich daran, dass ich einfach... ...fünf jungen Mal schnell reisen könnte. Hätte ich mir einfach drei Stunden sparen können. ... ... ... waffen upgrades verfügbar kapiere ich nicht von der fahrer zu doof ist gerade zu sehen wir müssen da hoch aber das noch was zum lesen noch mehr sowjetpropaganda die nacht wird uns nicht an der arbeit hindern das hast du schon mal vorgelesen zum schneiden von salm wird das kampfmesser benötigt ich kann es denn schon irgendwie haben das kampfmesser oder weiß ich nicht wenn sie diese ungewissheit habe ich nicht weiß ob ich das übersehen habe oder vorratsschuppen nutzen sie wie zertinische münzen um den ausrüstungstechniker von trinit die objekten abzukaufen gehen sie ihr vortraten sie ihre kunstig zu kaufen ich bin auf eurer seite ich arbeite hier als wartungstechniker für triniti aber ich muss unbedingt hier weg diese leute sind verrückt ich habe ausrüstung gelagert sie gehört dir wenn du zahlen kannst ein paar fehlende dinge fallen die nicht auf aber wenn sie lonte riechen oder mich mit dir sehen bin ich tot ich brauche nicht zurückverfolgbares geld für den ernst fall vorzugsweise gold meinst du wir haben einen deal mal sehen was ich auftreiben kann das muss eine hand los gewesen alter ich will jetzt messer kaufen steig kletter antrieb stohlen schalldämpfer das hat wirklich so ein bisschen was wir brauchen noch ein paar npcs leute führt man irgendwo noch einen trader ein oder sowas und irgendwelchen neben questen dem wir schon fast fertig ist hoch dann liegt noch was rum na hallo ich weiß ich habe schon zweifelhafte jobs gemacht und ich weiß dass du das nicht gut findest aber diesen vertrag konnte ich nicht ablehnen ich will schon seit jahren für triniti arbeiten sie sind diskret die bezahlung ist wahnsinn sie haben immer irgendwas und jetzt bin ich hier und will wieder weg wir sind in einer verlassenen sowjetanlage mitten im nichts niemand sagt uns unwichtigen externen was los ist aber ich glaube wir verhelfen ein paar echt miesen typen zu einer atombombe oder etwas ähnlich furchtbaren und das wäre noch der beste fall melde dich wenn du das liest ich habe uns einen sicheren kanal im netzwerk verschafft bei einer solchen operation bräuchten sie bessere sicherheitsmaßnahmen aber dafür haben sie wohl mich engagiert wenn du das hier liest ist eine tonaufnahme ne naja gut sagen wir mal nix zu sagen wir mal nix zu was zum hä da stand doch leertest ich hab doch leertest gekriegt und die spielt einfach in den tod die alte ist die denn total dumm ja gut ist sie aber ist sie denn total auch nee jetzt haben wir die ganzen sachen noch mal neu kaufen muss ich bin nach eurer seite ich arbeite hier als wartungstechniker für trinity aber ich muss das ist schön für dich geht doch einfach immer sachen für umsonst und geh einfach wir hatten probleme mit den einheimischen unser funksystem war defekt aber jetzt ist alles unter kontrolle wenn die situation unhaltbar wird wird sie nicht ich bin aus einem grund hier ich wurde aus erwählt ich werde erfolg haben woops nie so gut